Was geht ab Leute, Sane ist wieder da und zwar heute mit den Spoilern zu One Piece Kapitel 994 mit dem Titel, mein anderer Name ist Yamato. Kinemon benutzt seinen Fuchsfeuerstil, um Okikus Wunde zu versiegeln. Wie ihr sicherlich noch wisst, hat Okiko nämlich im letzten Kapitel ihren kompletten Arm verloren und jetzt benutzt nämlich Kinemon sein Feuer, um die komplette Wunde einfach auszubrennen, um so die Blutung zu stoppen. Kaido sagt, er hätte Samurai schon immer gemocht und der Tod wäre nur dafür da, um ein Leben zu kompletieren. Das würde auch erklären, warum er die ganze Zeit versucht Suizid zu begehen. Kaido verwandelt sich zurück in seine menschliche Form und die Szene switcht einmal rüber zu Ruffy, Sanji und Jinbei, welche auf mehrere Headliner treffen, es aber irgendwie schaffen da durchzukommen. Vermutlich machen einfach in einem kleinen Wettstreit Sanji und Jinbei die ganzen Headliner platt. Queens Kugeln erfahren wir jetzt infizieren sowohl Verbündete als auch feindliche Gegner. Und Chopper ist der Meinung, dass Queen sicherlich ein Gegengift hat, welches wir dann auch straight up zu Gesicht bekommen und zwar gibt Queen aus welchen Gründen auch immer Apu das Gegengift und sagt zu Apu dann, wenn du das Gegengift verlierst, dann bring ich dich um. Und plötzlich versuchen irgendwelche Leute Apu hinterher zu rennen. Und da verstehe ich echt nicht ganz, was macht der Sinn dabei. Queen ist so viel stärker als Apu, warum behält er das Gegengift nicht selber? Er kann es doch viel besser verteidigen. Und jetzt wird Apu von irgendwem verfolgt. Vermutlich Leute wie X-Drake oder ein paar Strohhüte oder so, die halt das Gegengift haben wollen. Yamato wehrt auf der anderen Seite ein paar Angriffe ab, die auf Momonosuke abgeschossen werden und das einfach nur mit seinem Körper oder mit ihrem Körper. Seinem. Ihrem. Wie auch immer, ihr wisst schon was ich meine. Yamato schafft es auch Handlanger von Sasaki zu besiegen und Momonosuke fragt, warum Yamato eigentlich den Namen seines Vaters benutzt. Und Yamato sagt einfach nur Mein anderer Name ist Yamato und ich würde für dich sterben. Und das waren auch schon die Spoiler zu One Piece Kapitel 994. Was sagt ihr zu diesen? Schreibt es einmal unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben. Und wenn du in Zukunft keine Spoiler mehr verpassen möchtest und zum ersten Mal auf meinem Kanal gelandet bist, dann drückt doch einmal den Abo-Button, verpasst keine Videos mehr und gib mir ein bisschen Unterstützung. Bis zum nächsten Video wünsche ich euch wie immer viel Spaß und haut rein. Ciao!